Hallo ihr Lieben, hier ist Sandra, eure Ernährungstante heute mit dem Rosefröhlich 1-Minuten-Tipp des Tages. Es geht um die Frage, wie viele Milchprodukte pro Tag gegessen werden können, also welche Menge an Milchprodukten überhaupt sinnvoll ist. Die Antwort lautet, 3 pro Tag sind sinnvoll, um den Eiweißbedarf des Tages zu decken. Die Milchprodukte können sein, 250 Gramm Naturquark, 250 Gramm Naturjoghurt und die dritte Portion könnte zum Beispiel aus 1-2 Scheiben Käse bestehen, in der Regel 45% Fett in Trockenmasse. Alternativ könnt ihr Naturkefir, Naturmolke oder auch Naturdickmilch verwenden, je nachdem was ihr mögt. Ich wünsche euch viel Spaß und einen schönen Tag noch. Tschüss, eure Sandra.